Nö, ich glaube, ich glaube, es liegt nicht direkt am Chunk, es ist einfach irgendwie, es passiert einfach. Wann muss es wächst 50 cm am Tag? Weltrekord, Geldrekord, Heldrekord, so. Ähm, ja. So, haben wir. Hallo? Hallo? Äh, scheiße, da muss ich jetzt. Ich habe so viele Zäune hier, das ist... Äh. Ich habe 5 Minuten Zeit, bis ich despaunt, also da geht ja noch was. Also gut, diese Zucker, was gerade am Boden liegt. Ich bin der Boden zerstört. Bum, bum und zack, bum, bum. Hm, hm. Achso, ich muss jetzt erstmal alles eingenischt werden. So, wie ein kleines Kind, das Bettchen einlässt, wenn ich mal gerade nicht kann. Kinder Inkontinenz. Ja, so ist das nun mal. Jo, da kommt doch mal wat. Mit nem Tintenfischer Prügel hier. Das hier. Ach, habe es geraft. Family Anderson's habe es geraft. So. Hm, ähm, ja. Das ist mal hier so. Wir bräuchten also wirklich mal ne Zuckerfahre. So, das hier. Ach, weiß hier wat. Dieses Erdloch, das braucht doch kein Mensch. Und dann hier, ach, ei, äh, weißen, was ist er ja. Salz. Schlup dich und hallo. Rupp dich, so. Hö, hallo. Hm. So. Hm, 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 hm. Eine völlig entspannte, äh, Minecraft-Werund durchdurchsiehe. Ja, so schaut's aus. Hm, 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 hm. Der entspannteste Letzperrier der Welt. Ja. so kann es auch sein um kein oh Gott ja oh ich war gerade oh ach da geht auch noch unten da ist aber da ist aber nicht viel da ist was ist das hier was ist denn schief ach lass mich mal mal gucken eine Kuh hier wieder so eine Höhle da ist aber Tiere unter der Erde ja toll da ist aber eine Schneekehöhle zwar klar da will ich nicht weil nicht das Wasser kommt und dann ja ich wäre natürlich nicht so schön das ist Graz ja so ähm dafür gebrauchen dafür wurscht das jemand ich habe doch diese Eisen aber Hacke ja oh ich glaube mit Gestein geht er mit Steinen in der Musik wie sieht das jetzt schon aus irgendwie das war hier gerade ganz komisch beleuchtet so das hier Eisenherz können wir immer gebrauchen Eisenpuppeisen yeah ja hmmm der Walking Bays ja 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 ö von woher kam ich hier ach ja genau So, wir wollen mal eh noch ein bisschen Kohle abenden. Schade, Jenny, wenn wir mal was davon haben und besuchen können. So, weg mit euch. Die komischen Atome aus Kohlenstoff. Die Verkettung von Kohlenstoff. Zähl zwei Mal nur. Ähm, ja. So. Oh, aber mir ist auch alles. Naja, fast. Plötzlich haben wir immer noch. Gut. Ähm, wir machen mal voll. Weil die Tiere können ja nicht raus, ne? Oh, so. Dann gehen wir mal. Ja, ich muss hier mal korrigieren. Dann gehen wir gleich knacken und machen gleich weiter. Yeah. Ja, mm, 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 mm. Sonne geht unter, ja. Die passende Untergangsmusik. Kommt mal wieder hier. Und niemand mehr bei dir. Und nie mehr wieder hier. Bei mir, bei dir, bei ihr. Hier, 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 hier. Ach, mein Gott, was für ein Stier. Das ist ein bisschen dummes Tier. Mein Gott, Kanadier. Grönadier. Kanacken, Kanadier. Kanacken, Kanadier. Grönadier. Viel zu viel Bier. Bei deinem Hausstier. Hausstier, Hausstier. Ein Stier ohne Tier. Ein Stier ist so ein Stier. Stier, Stier sein. Das Stier sein ist irgendein Stier. Ein Stier ist nur ein Tier. Bei dir, zu viel Bier. Und Klavier. Stier, 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 Stier. Stier, Kanadier. Kanadier. Bei mir. Ja, das ist nicht so toll. Warum bist du so voll? Das ist nicht mehr so toll. Oh ja, so voll. Oh nein, oh nein, oh nein. Dafür bin ich mir auch für sie fein. Nicht mehr werde ich Musik. Hier hören wollen können, dürfen müssen. Ette, ette, fahrt, gette. Ette, fahrt, gette. Atlas. Atlas. Hm, hm, hm. Bum, 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 badada. Hallo. Atlas, Atlas, Atlas. Das. Gib mir auch ein Buch. Hm, hm, hm. Einmal, was ist das? Ich sage mal, hier dreimal. Ähm. Buch. Um einfahren. Oder Urlaub. Urlaub, Urlaub, Urlaub. Papier. Nein, ich meine, der Bier hier. Ähm. Das hier dafür brauche ich. Das hier. Hm. Hm. Wupp dich, wupp dich. Eins, zwei, eins, zwei. Oh. Hm. Werd' ich mal. Vier. Das sollte reichen. Und. So, und dann haben wir natürlich das hier. Urlaub. Beauty Fiber. Toll. So. Haben wir das hier. Das tun wir mal hin. Die Tür wird langsam auch voll. Ist gar nicht so toll. Äh, haben wir natürlich die ganzen Gärten hier irgendwo? Seehoffel. Mh, Cocktusgewinn. Das geht dann ans Eingemachte. Das heißt, folgendes. Wir brauchen jetzt diese ganzen Gärten. Wommi. Stängelgärten. Grasgärten. Kürbisgärten. Wommi. Mh, 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 mh. Pam, pam, padada. Oh, und weiter geht die Musik. Im Gras rauchen. Mehr oder weniger Gras. Oh, mein Gott. Nie mehr wieder hier. Nie mehr bei dir. Ja, das tut gut. Für die Uhr im Mut. Das tut gut so gut, gut. Mein Gott. Oh, mein Gott. Mein Gott. Oh, mein Gott. Ein Eisenerz. Das ist ein sechter Scherz. Mh, mhm. Lopp-pa-da-da-da-da. Wommi nicht ein Eisenerz. 1, 2, 3, 4 Hallo Wenn ich mal hier so 1, 2, 3, 4, 5 So Roggen Ja, das ist doch total Deswegen müssen wir diese ganzen Gärten hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 So Ich habe hier die verschiedensten Getreide und Nahrungsmittel dort Oh mein Gott, ist das aber Ruck dich Ähm, das Eisen bauen wir hier nicht Und den Schiefer Und den ist voll Nicht so toll Mh, mobile Werkbombäuche auf jeden Fall Spargel Temporär Mh, 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 mh Weiß ich was Hafe Hafe So Afelsamen Hm, was hat das hier? Sojabohnenpflanze Achso, wir haben hier Sojabohnen Eins, zwei, drei, vier. Grüner Paprika. Ein Praktikum bei Praktika mit Paprika. So, und dann weiter hier. Eins, zwei. So, ähm... Tomate, 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 Tomate. Spungebob, Schwammkopf. Tomate, ja. Und weiter geht's. Gemüse, Eiwisch. Mais? Für den Reis ist mir kein Scheiß. So. Roggen. Nie drogen. Keine, nimm keine drogen. Roggen, drogen. Spargiel. Zum Sparen benutzt ich Spargiel. Wie viel hast du hier weggespart? Keine Ahnung. So. Ähm... Bohnen. Millionen mit Bohnen. Melonen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ganz schon pervers. Kürbisgarten. Eins, zwei, drei. So. Uh. Zirka Melone. Zum Zucken. So. Wieviel haben wir hier eigentlich? Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, 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 Sieh, achtzehn. Wieviel haben wir hier noch mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, Sieh, achten? Wie das? Wie das? 14 Pätschern. So schnell wechseln. Hm. 16. Wann geht's raus? 20 16 16 17 17 18 19 20 20 also bauen wir den zaun einfach bis weiter hinten aus 20 20 also ich möchte ein bisschen weiter terraforming betreiben das grenziert wo die dicht machen damit ich hier 20 mal von einer sorte und ab hier 20 mal von einer anderen sorte also die pflanzen hier ich habe mich für das dann aufs krank machen ich guck mal wie lange läuft die aufnahme schon eine stunde 14 minuten krank mal obwohl ich könnte es auch jetzt machen obwohl ja ich glaube ich werde den den zaun ich habe nicht so viel erde dabei aber ich habe den auskommenschein behalten erstmal und pflanzen ihn später eigentlich braucht man eine küste immer wieder in die spüren können manche weiber brauchen echten bimbo fürs bett könnte man meinen ist aber scheiße erbz und die pfeffer der tortele peppers die dann mal einfach und immer einfach so testweise da wird natürlich nahrung verbraucht ist ja aber ehrlich geht auch Frischigal. Ja. Metadata. Kilometadata. Data. Kommanda, Data. Cool, ich kann das alles weg. Ja. Der hier ist im selben Bereich. Der hier ist gleich kritisch. Der hier ist der Katz. Der hier ist der Katz. Der hier ist der Katz. Der hier ist der Katzen, Ich mach nie wieder ne Tierparty Naja, ne Tierparty würd ich jetzt nicht irgendwo dabei Naja, ne Bronzerntor Ich hau ein Tor Aua! Aua! Wer war denn der denn? Puh Boah! Mein Gott Ist doch keine gute Idee, wenn man das Hmmmmmmmmmmmmmmmm Uua! Ich geh mal n bisschen weiter weg Vielleicht Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm, Achtung, aber er holt sich nicht, ne? Ich glaub, ich lass das erstmal für später, weil... Das Essen hier muss noch ein bisschen wachsen. Mein Essen muss wachsen. Deswegen, ich glaub, ich lass das erstmal... Boah, was hab ich denn grad? Der wird richtig durchpanetriert. Geht doch noch. Da weiß ich jetzt mal was mal anders. Ja, also ich hab mich da ziemlich erschrocken. Mein Gott, also wir machen das selber erst. Deswegen wollte ich ja auch den Monster erst dann aktivieren, wenn das Nahrungsmittel technisch hier auch alles schon mal steht. Hab ich doch noch in der Küche. Geht mir ein. Aber erstmal... Ich nehm mal... Hab ich hier... Dieser Zimmermanns-Blöcke. Man glaubt das Zimmermanns. Jo. Santor. Sind wir alle dafür? Mal... Santor. Ein. Jo. Hm. Hm. Ja da. Nein. Falsche Richtung. Ist aber... Jo. So. Druck. Druck. Druckplatte. Wann will ich trotzdem? Läuft die Aufnahme noch? Eine Stimme. 19 Minuten. Druckplatte. Wie geht das immer? Zwei... Ah. Also ist ja ganz einfach. Wann sind gleich mehrere da ist. 1, 2, 3, 4. Wir sind vier Stück davon. Druckplatte. Wann den? Nein, Mann, ich bote das nicht. Welpen das immer.